Innovation trifft Tradition. Beim ersten Innovationsfestival am 19. Juni 2021 in Essen. Wir als OptaData-Gruppe sind dabei, wenn führende Denker und Macher gemeinsam im Herzen des Ruhrgebiets die Zukunft gestalten. Ja, als traditionsreiches Familienunternehmen gestalten wir Zukunft seit 50 Jahren. Mit organisatorischer Wandlungsfähigkeit, dem Bekenntnis zum Wachstum und visionärem Denken gelten wir als Vorreiter in unseren Branchen. Diese Erfahrung geben wir natürlich gerne an junge Unternehmer und innovative Start-ups weiter. Und wo ginge das besser als bei einem Innovations-Event, dem Innovationsfestival? Wir freuen uns sehr, als starker Partner der Region Essen dabei zu sein.